so hallo und willkommen zu einer neuen folge minecraft master bilders mit guten heutigen flusser was ist ein kaktus an der wand bei mir also wir spielen heute wieder das gute alte master kennt hier und es ist das ist das thema ist hier burg was brauchst du hier ich brauche bergen durch ich überlege gerade also ich will jetzt mal aus ich mache jetzt mal so eine richtig gute idee fläche für eine burg ich brauche ich brauche so einen kleinen bergen und bei euch so eine mini burg drauf was man ja das kann das werden war mal so einen kleinen weg hoch und du musst ja eine guten drache ich glaube das nicht dass ich das ausgeht ich mache mal das main things aber du musst du wirklich auch noch wolken und alles das welt musste zu viel ich muss so viel wie möglich aufs bild bringen praktisch auf die fläche dann schaut es gut aus und irgendwas frei ist das halt um so ich war erst mal mit stein hier hoch mit pro tools kannst du den berg schlecht bauen eigentlich oder ja ich muss ja ich muss ein bisschen drumrum bauen soll ich ja ich brauche machen sind ja keine form einfach hoch und auch bei euch also den gescheiten berge also wirklich das bei später sei es mal so ich habe schon gesehen hier beim experte wie es gilt hier dabei ich wieder fahren du bist trainiert aber ich würde sagen gerne einfach eine absolut geile burg bauen sondern es ist eine bau team burg verstehst du ja so eine richtig gute idee die die fans ist also sicher zäune als beim baum benutzen ok 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 gut dass du mich erinnerst dann benutze ich jetzt einfach endersite und stone zu abwechseln ja mach ich auch ich weiß nicht ob ich dschungel dinge nehmen soll ob ich beim normalen bleiben soll ich brauche mal den bergern sich aber es wirklich ich glaube das wird schwierig die runde wird schwierig aber das denke ich meistens und nachher gewinne ich es ist richtig geil wenn wir spielen ja es ist topskanung 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 macht immer irgendwas manchmal ist er noch irgendwie wirklich tut aber richtig schlecht er ist auch in einer skrippel immer richtig gut ich habe irgendwie ja auch früher mit topskanung auf screen also da noch keine videos gemacht hat habe ich mit ihm dings gespielt scribe und der immer so eine komplett zittrige hand gehabt irgendwie er kann irgendwie nicht mit dem ausmacht oder ist es ist es sein lieb liegt sein maus der hatte muss absolut kaputt und beschwert sich ganz darüber ich glaube da doch eine uhr alte maus schon so ist ein headset früher headset gehabt da noch ein mikrofon praktisch auch am headset gehabt und da hat er sich hält zu die markt von ihnen zu bieten wenn mit der akku aus war wer jetzt so ein headset gehabt was so richtig ja was so richtig dings was so weil es auch war ja all right so endes seit so jetzt muss ich schnell bauen eigentlich ist echt nicht einfach was ich was ich probiert zu bauen ja man ist eigentlich auch nicht ich bin immer noch am bergrad ich bin auch noch am berg drin aber ist egal der berg ist das wichtigste der berg ist wichtig sind die burg nachher ich will auch noch so einen kleinen fluss aber du musst auf der seite noch so einfach nur bäume bauen meintes in einem dings in einem in einem ozean der insel so in der insel ich mach doch so dings ich mach so spikes hin aber es noch besser eigentlich so eine insel ich wollte eigentliche burg das der ist und bist du auch schon dran an der eigentlichen burg es kann schwierig werden nein es geht sich ausgabe ich eigentlich buch ist bei mir nicht so groß jetzt bei mir auch nicht ich muss symmetrisch sponsor meintes glaube ich zurück 4x4 oder so ist meine burg groß ich habe noch nein ich habe die pro tools noch gar nicht benutzt pro tools also noch gar nichts die brot die die brot brot tools so ich muss schnell machen so sondern cobblestone stanz so mache ich das so und nein ich habe es weg gemacht ich habe er gemacht er kann zurück gehen gemacht glaube ich so jetzt geht's jetzt geht's so ich muss eine sekunde warten bam und wieder cobblestone und so und so ich habe nicht so schnell so schnell irgendwie baut ich habe ich habe schon schnell gebaut jetzt ist gerade noch ein bisserl komisch wegen dem pro tools hier noch irgendwie gravel rein sondern auch dann noch irgendwie so ein klein weg runter der weg wird schwierig der weg wird schwierig stone und so das kann echt schwierig werden weil ich wollte auch noch viel mehr bauen ist immer die zeit ist es ist dumm also gar nicht gerade es wird schon passen wie bereits doch meinst du ein einzig cool aus dem unteren des bikes machen ich kann so eine totenkopfbrückbahn soll ich den totenkopf ich weiß ob das muss jetzt schaffen auch noch all right so slap ich bin eigentlich ein ein mann bauteam wenn man so sieht ein mann bauteam also ihr könnt euch von mieten ab jetzt heute all right sind klein ich muss ein kleines haus rein auch mieter floh also ganz gerne buch 404 buch jetzt brauche ich gerade ein horst drinnen es sieht aber nicht so gut aus wasser beim library dino mama bam bam weil es geht eigentlich voll das ist richtig cool setzen weil es nicht so wird es geht sich nicht aus weil es schon die wand ist aber egal muss ich kann ich nicht so weit gespornen doch ich muss gar kein villager daran lpcs muss da der typ sieht irgendwie cool aus kann was für ein typ ist zu greifen das bohren mehl dass ich ein bisschen natur auch drin ist all right ok das wird können schwer werden glaube ich ich glaube drache schaffe ich auch nicht mehr er nie im leben schaffst du ein drache all right aber eine burg an sich geht eigentlich da ist noch das kreppel ok ok doch es ist noch genug zeit ich meine es um schon auf dschungel biome das ist richtig gut kein stress kein stress ja es stimmt stimmt das brauche ich auch noch gell dschungel biome kurz mich erinnerst biome dschungel nice es macht viel grün und alles so wall und fans dann noch fans geht es so ein kleines dings habe aber das sieht so hart zwei hat baumäßig aus was ich gerade macht ja meins auch irgendwie torch schnell schnell wir haben genug zeit alles gut alles gut einfach tour hat man tour hat man auch fackeln fackeln wenn nicht platziert egal euch fehl gerade ein bisschen ok ich glaube ich glaube ich glaube mein es passt so weit eigentlich was eigentlich auch worten kann ich doch bis ich kann zu keinem wasserbrunnen oder nichts was machen so also keine fluss der hier vorbeigeht muss ich gleich noch irgendwie dings machen doch meins geht eigentlich nicht schlecht nicht schlecht eigentlich alles gut ich muss auch keine bau bau dingern also die cc nennen oder wie man das nennt ja ich könnte noch ein brücke bauen ist halt keine zeit hier das kann ich doch hier machen So ein kleiner Busch hier und ein kleiner Busch hier. Oh mein Gott, Mensch, das sieht richtig unfertig aus. Oh, ich habe vergessen, die komplett eine Seite von meinem Dings zu machen. Ich kann es vielleicht noch retten ein bisschen. So, ich muss jetzt auch das herumbauen mit Bäumen gleich irgendwie. Bäume, Bäume, Bäume. Was soll ich für Bäume nehmen? Darko-Code? Ne, nicht Darko-Code. Ganz normale. Das wird richtig schlimm werden jetzt gleich. Baummehl. Oh, oh. Nein, das ist ein Weg. Egal, passt schon. Alright, alright, alright. So. Einfach irgendwie random Bäume platzieren, schnell. Oh, nur 50 Sekunden, was? Oh, oh. Oh nein. Nein, es geht. Ja, meins geht. Ich habe roh, 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 roh. Wo ist das eine Burg? Äh, äh, cave, kannst du schreiben. Hä? Also so eine Eisburg meiner wahrscheinlich nicht. Es kriegt nur, okay, oder. Ja, das war der, das war der Dings. Talentiert. Ja, ich bin richtig, die Pros hier im Team. Nice cave. Nice cave. Face Sheet? Was hat das? Also das gilt. Ich bin erfahren. Ich kann auch nicht, was erfahren ist. Oh, what? Das ist halt hart gekopiert. Ey, arbeiten die wirklich alles so mit, mit, mit Copy-Sachen? Mit Copy. Copy, kannst du schreiben eigentlich. Das ist richtig komisch aus. Hey, was sind das für Dings? Es kriegt, okay. Das ist wirklich getrasht. Nice. Nice, das heißt. Ja, das ist halt wirklich so. Es ist halt wirklich einfach nur gekopiert. Es ist einfach nur. Weil nur Boden. Was ist das? Ist das? Ist das wirklich dein? Ja, okay. Aber es ist wirklich gar nicht so schlecht, dass der Thron. Ich wollte nur ein bisschen drauf machen. Ja, ist nicht so gut. Aber der Berg war nicht so schwer zu machen. Ja, das ist richtig schwer auch. Ich habe auch so einen Berg mit Gras drauf gemacht. Da sollst du ein Creeper sein bei der Burg als Eingang. So, laura. Jetzt merke ich es gerade. Es sieht ja eh nicht schlecht aus eigentlich, aber. Ja, im Experten. Was ist das? Die Bäume. Na gut, die Bäume gehen eigentlich. Mein Eingang ist halt eins zu eins gleich. Ich glaube, ich hätte einfach einen Mauernstück machen müssen, das ich mal kopieren müssen. Ich weiß nicht. Erkennung. Mein Buch ist halt relativ klein. Ich weiß nicht. Es wird sich vielleicht ausgehen für ein Dings. Es sind alle nicht gut bis jetzt gewesen. Ein Eisenmaus. Aus der einen, der einen kopiert hat. Was ist das? Oh, Mann. Das ist halt nicht, nicht. Ich wollte das nicht, weil, 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 äh, dahinter. Hauptsatz, der Slaps, das Dings. Äh, das ist richtig, das ist richtig bad. Es geht aber okay, weil es ein Castle, also ein, äh, eine Burg hier irgendwie ist. Es, ja, es kriegt, ja, es kriegt Puppe, es gibt Kacke, es gibt Kacke. Dafür, dass hier nichts drin ist, irgendwie komischerweise. Okay. Was ist das nächste? Hä, was ist das? Chinesische Mauer, oder was? Oh, lol. Ach, nein, das ist einfach so ein, äh, Dings, so ein, äh, Berg wahrscheinlich. Ja, das sieht bad aus. Chiiiiniese wall. Chiiiiniese wall. Hä, warum blauer, äh, blaues Dach? Das verstehe ich nicht. Aber wahrscheinlich wollte ich so ein Kübel, äh, Dings bauen. Mhm. Also ein, äh, weißes, so ein, äh, ehrenhaftes, kann man, anleges. Kann man, weiß ich nicht. Der Kripp ist trash, ja. Was ist das? A loo, what? Aber es ist auch copied, oder? Ja, aber schaut nicht schlecht aus. Aber hinten ist halt nichts was. Ach, es ist keine Burg. Hä, er schreibt, der YouTuber's criticizing, äh, der, äh, der Builds, äh, even, äh, to their Builds is owned the only descent. Ja. Unsere, unsere Builds sind eigentlich gut. Actually. Ist das hier? Ich meine, ich mein, ich meine schon ein cooler. Ist ein kleiner Markt, der, es kriegt okay. Nein, das sieht schon irgendwie richtig komisch aus. Die Bau ist einfach nur das Kompostong. Ja, es ist, ey, es kriegt ein okay, ja? Sieht aus irgendwie so einer Alpha-Burg irgendwie. So, aber die Märkte, nicht schlecht eigentlich die Idee von den Märkten, aber viel zu groß hat er die Burg gebaut. Was ist der nächste? Meins vielleicht? Äh, nee, keine Ahnung was das ist. Es ist jetzt nicht mal eine Burg. Ähm, ja, es kriegt Kacka. Okay. Aber das sieht auch nicht so gut aus. Kacka, ja die Tür ist bisschen komisch ausgemacht. Ist ja Kacka eigentlich. Äh, alright. Was kommt als nächstes? Eleonora ist deine. Das ist meins. Hat so richtig cool aus. Aber ich hab halt... Leute, da steht echt echt noch bad aus. Also das ist bis jetzt das Beste, glaube ich. Ja, da bin jetzt schon drin und ist weg irgendwie. Ähm. Ähm. Ja, ich mein, ich hab für das Runderum hab ich nicht viel, äh, Dings. Nicht viel, äh, Zeit gehabt. Das waren nur in den letzten 10 Sekunden hab ich das Runderum bohrt. Ja, das ist meins. Oh, lol, legit. Oh, lol, ich hab ich gar nicht gewusst. Ey, ich hab wirklich, das ist ja einfach eines von den Besten bis jetzt wegen dem Hügel und so. Oh, ich bin zweiter, lol. Oh, lol. Okay, ja, dann würde ich mir sagen, hier, das war's für die Folge hier. Ähm. Master Builders. Ähm. Schoss Omega Lul. Äh. Ich hab gesagt, no Omega Lul. Ja, ähm. Wie gesagt, lasst ein Like. Ähm, richtig geil, ey. Also. Ja, ist richtig cool, ja. Ja, wie gesagt, lasst ein Like in der Abo da für mehr Minecraft Dings. Minecraft Master Builders. Und aktiviert die Glocke hier für mehr. Aktiviert das Abo. Aktiviert das Abo. Aktiviert die Abfallkräfte. Aktiviert die Glocke, weil ich hab gesehen, ihr, ihr habt, äh, relativ wenig von euch habt die Glocke hier aktiviert. Dann seid ihr direkt hier, ähm, am Video als erster. Und schau.